Moin! Moin! Ein Matjesbrötchen, bitte! Jo, klar, mach ich hier fertig! Was ist denn das hier? Läuft nicht gut bei dir, oder was? Nee, das ist für unser Team! Äh, musst du Zwiebeln holen? Ja, mach ordentlich drauf! Na, bitte! Für welches Team denn? Für welches Team Hamburg? Äh, für unsere Olympioniten! Da müssen wir alle am Start sein! Coole Nummer! Da bin ich dabei! Genau so löppt das! Danke! Ich hab zu danken!